Ein Spiel, was dich absolut verwirren wird. Nachdem du das Video geschaut hast, wirst du nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Wo hinter dir und vor dir ist. Du wirst deinen eigenen Namen vergessen haben. Du wirst deine eigene Mutter gehen und fragen, wann du geboren wurdest. Du wirst deinen Geburtstag nämlich vergessen. Außerdem wirst du nicht mehr wissen, ob du links- oder rechtschänder bist. Du wirst fragen, was war ich nochmal? Ich hab keine Ahnung. Heute spielen wir nämlich What the Golf. Das Spiel, was einen absolut verwirren soll. Also, den ersten Ball dahin zu schlagen sollte easy sein. Okay, das Spiel wird einen mega verwirren. Aber, okay, wir schlagen den Ball am Anfang. Interessant. Okay, jetzt sind wir der Mensch und wir schlagen den Ball nicht. Wir schlagen den Menschen. Mh, macht Sinn. Wir schlagen keinen Ball, wir schlagen einen Menschen. Okay. Also, wir müssen einfach nur den Menschen da... Ups. Oh mein Gott, ich muss das Level nochmal von vorne machen. Bam! Yes! Tja, was schlagen wir jetzt? Ist es etwa das Haus? Ja, wir schlagen jetzt ein Haus. Also, es sollte eigentlich ein Golfspiel sein, aber ist es eigentlich irgendwie dann doch nicht. Okay, das Haus nach hinten schlagen. Ich kann mich erinnern, dass die Beta draußen war, aber jetzt haben wir das volle Spiel ausgeklagt. Oh, jetzt haben wir hier einen Golfschläger und einen Golfball. Warte mal, was wir schlagen. Wir schlagen den Schläger natürlich. Oh, das Toast kam dann raus. Hey, versuch einfach nicht runterzufallen. Boom. Bam! Oh Gott, schon wieder daneben. Ich muss jedes Mal von vorne anfangen, weil ich... Hey, das kann doch nicht wahr sein. Kann ich hier rüber eigentlich? Oh mein Gott, das funktioniert. Oh, das war so knapp. Und bam! Yes! Das sind Katzen. Ich schlage einfach Katzen. Oh Gott, die Katzen explodieren. Ach, das sind rote Fester, die explodieren. Ich mach ganz leicht. Oh Gott. Jedes Mal voll ist runter, wenn ich das tue. Da wohnt Patrick übrigens. Okay, vorsichtig. Und einen Moment, so reinschießen. Nice. Was schießen wir hier? Ja, natürlich. Okay. Bitte trifft. Yes! Was schlagen wir hier? Den Ball, oder? Ja, wir schlagen den Ball, worin geht's? Okay. Oh, was ist jetzt los? Ah, das war das Intro erst. Okay. Ich bin das Intro, was soll man sagen? Hallo, Ball. Hi. Was machst du hier? Das Golf-Labor ist geschlossen. Soll er wahrscheinlich hier durch, oder? Ja, ich gehe ja schon. Sorry. Okay, erstes Level. Schlagen wir dieses Mal den... Hä? Wir schlagen dieses Mal das Golf-Loch selbst in ein Nummer 1-Loch. Was? Okay, keine Fragen. Gehen wir ins nächste Level. Oh, hier sind diesmal zwei Level, so wie es aussieht. Wir schlagen ganz viele Golf-Bälle. Aber ich glaube, nur einer muss das Ziel erwischen, oder? Und? Yes. Okay, das ist... Wird immer merkwürdiger gerade. Okay, wir schlagen jetzt eine Katze. Wieso schlagen ich jetzt eine Katze? Oh Gott. Ich meine, ich würde zwar sagen, ich fühle mich schlecht, aber ich bin eher der Hundeliebhaber. Also, scheiß auf die Katze. Okay, ich kann mich jetzt entscheiden. Ich gehe nach links. Okay, was ist jetzt los? Ähm... Das Spiel wird immer merkwürdiger. 2D-Golf. Okay, das war echt nicht erwartet. Aber... What? 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 Was geschieht hier gerade? Okay, was ist jetzt los? Ach, schon wieder das. Okay, bam. Das ist irgendwie echt witzig. Bam. Okay. Hier haben wir gleich drei Level. Wir haben wieder 2D, aber ganz viele verschiedene. Kann man auf jeden Fall machen. Wieso nicht? Ähm, kann einer... Ja, okay. Park kommt davon nach oben. Ist okay. Jetzt muss hier nur einer quasi nach oben kommen. Schafft. Ist das so eine 2D-Ecke, wo alles 2D ist? Ich glaube nämlich irgendwie ja. Diesmal schießen wir ein Stück. Gummis? Was ist das? Was ist das? Ich... Hä? Ich denke doch nicht, was es ist. Das ist ganz merkwürdig. Egal. Ich stelle bei dem Spiel keine Frage. Wie gesagt, du wirst danach nicht mehr wissen, wie du heißt. Oh, jetzt haben wir so einen bei der... Oh, in Zeitlupe. Wow. Oh, damn. Oh, wir haben getroffen. Was ist das hier? What? Was geschieht hier? Woher bringt mich das gerade? Ah, zurück. Okay. Das bringt mich immer zurück. Du bist verweigert. Ja, okay. Wir müssen halt mehr schaffen, ne? Wir schlafen jetzt der Couch. Ich schlafe. Wieso, wenn ich der Couch sehe, denke ich halt schlafen. Wir schlagen eine Couch. Das war jetzt echt nicht erwartet. Also, ich weiß nicht. Ich warte nur auf den Moment, bis irgendwas erwartet ist. Ich glaube, egal, was wir spielen werden, es ist nichts erwartet. Lass mich sagen, wir schlagen einen Teppich, oder? Ach, ein Stuhl natürlich. Das mache ich auf jeden Fall, wenn ich Golf spiele. Also, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ich meine, wieso sollte man auch keinen Stuhl schlagen? So, komm schon. Und wir sind da. Eine Blu... Ein Blumentopf. Oh, nein, die Blumen sind ausgeflogen, aber ist egal. Oh, vorsichtig. What? Der kann kaputt gehen? Oh, mein Gott. Das macht irgendwie auch Sinn. Oh, Gott. Jedes... Alter, das... Jetzt wird es irgendwie doch schwerer. Oh, ho, ho, ho. Wie langsam soll ich denn sein? Oh, what? Ey, das ist jetzt ein Scherz. Kein Kommentar. Also, es geht halt nur kaputt, wenn ich durch etwas berühre. Oh, wir haben es geschafft, oder? Bitte, bitte schaff es einfach. Okay, es ist nur eine Vase. Das stimmt. Ich schlage jetzt den Fernseher. Gott, das Spiel ist so verwirrt. Wieso schlage ich jetzt den Fernseher im Golfspiel? Ich verstehe das nicht. Egal, keine Fragen. Okay, weiter geht's. Hier haben wir zwei Level. Ein Behälter voller Golfbälle schlagen wir. Aber wir schlagen aber den Behälter, nicht die Golfbälle. Okay. Oh, der ist weit geflogen. Boom. Yes. Da oben ist aber noch ein Level. Jetzt schlagen wir mich selbst. Das habe ich ja nicht erwartet. Wirklich nicht. So gar nicht dämlich. Wir schlagen uns. Wir schlagen. Ich... Oh, Gott. Ist egal, was wir schlagen. Ich... Ehe. Hallo Ball, zeig mir, was du drauf hast. Wie denn? Ach so. Soll ich ins Herz schießen? Oh, nice. Das ist ja so ein bisschen wie Undertale, oder? Okay, jetzt nach da. Interessant. Okay, das ist gar nicht so schwer. Oh, dieses Mal fliegt der Ball ganz anders. Wieso fliegt der... Okay, der... Oh, Gott. Oh, Gott. Soll ich nach da schießen? Ja. Okay. Boom. Nice. Stopp, stopp. Hier lang? Was geschieht hier gerade? Okay. Jetzt komme ich durch, ne? Wir haben alles zerstört und wir haben eine Kurmode. Wie kann das Spiel jetzt noch gestörter werden? Ich verstehe es nicht. Was schlage ich jetzt? Oh, mein Gott. Dann schlage ich es immer nach links jetzt. Oh, yeah. Okay. Hat das beim ersten Mal geklappt? Wäre das natürlich geil. Ich versuche immer vorher zu sagen, was ich als nächstes tun werde, okay? Hier werde ich, naja, das Ding schlagen. Okay. Ist das Mario? Ich glaube, das könnte Mario sein. Was? Was? Wieso? Wieso? So verwirrt. Ist das Mario? Soll das Mario darstellen? Ich glaube, ja. Die Musik sagt dasselbe. Okay, wir sind bei der Ziellinie, bei der Flagge. Aber es geht noch weiter, so wie es aussieht. Einfach nur nach rechts. Eigentlich ziemlich einfach. Oh, okay. Das ist echt. Warte, von irgendwo kann ich den Frosch da? Oh. Das ist ein Mario-Level, oder? Da war normalerweise Donkey Kong drauf, glaube ich. Spring. Oh. Spring. Gott sei Dank. Ich weiß schon, wie lange soll ich bei dem Level noch bleiben? Ah, Flappy Bird. Natürlich. Immerhin sehen wir Zeitlupe. Alter, das ist eine sehr interessante Art, Flappy Bird zu spielen, ehrlich gesagt. Falls ihr überhaupt noch Flappy Bird kennt, ich bin mir sicher, viele kennen es gar nicht. Es ist ein Spiel, was rausgenommen wurde, weil es zu viel Hate verursacht hat. Okay. Ganz gut aus. Oh, Vorsicht. Oh, mein Gott. Ich bin dagegen gekommen. Scheiße. Okay, da ist die Flagge. Das hat zwar nichts mit dem Golf zu tun, aber ich sage gar nichts. Hä, wir sind jetzt. Okay. Kann ich bitte einfach ins Ziel? Geht nicht. Oh, ich muss ihn abholen. Verstehe. Kann ich jetzt ins Ziel? Ja. Wir müssen ihn wieder abholen, aber wir müssen jetzt aufpassen, bevor wir kaputt gehen. Okay. Na, da. Oh. Ach so. Nach unten. Oh. Okay, wir haben ihn wieder. Oh, mein Gott. Das ist... Ach, ich bitte. Was zum Teufel. Bitte bleib unten. Nein, nein, nein. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Okay, stopp, 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 stopp. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte chill, 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 chill. Oh, mein Gott. Okay, genau. Oh. Ich habe jetzt schon vergessen, wie ich heiße. Das ist nochmal mein Name gewesen. Kann mir bitte jemand helfen? Ach so, nur wenn wir nicht nachher berühren, dann sterben wir. Okay, schieß jetzt nach oben, bitte. Oh. Golf ist wirklich langweilig. Vielleicht können wir ja beheben. Was willst du beheben? Dass Golf langweilig ist. Was ist jetzt los? Hä? Was ist hier das los? Wir müssen den Ball dazu bringen, ihn ins Tor zu bringen. Ich schenke gerade nicht, was es mit Golf zu tun hat, aber das ist Fußball. Ist ja so ähnlich wie Golf. Hey, Ball. Ab mit dir. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Und er geht rein. Nice. Wie soll ich den Ball jetzt bitte reinbringen? Ach so, ich verstehe schon wie. Ja, passt auf. Bam. What? Oh, mein Gott. Nein, nein, nein. Oh, nein. Bam. Let's go. Oh. Wir sind das. Oh, Gott. Hilfe. Okay. Einfach den Ball ins Tor. Das Tor ins Tor. Ball, oder wie auch immer. Okay, was ist jetzt los? Ah. Wie heißt das Spiel nochmal? Angry Birds, genau. Ups. Warte mal. Da ist das Dings da. Okay, einfach ganz weit schießen, oder wie? Boah, hat er betroffen? Was erwartet mich jetzt? Lass mich raten, die Katze wird zu einem Dinosaurier. Und? Okay. Ah, das ist 3D. Jetzt so? Oh, ich bin so gut im Videospielen. Ich wette so. Oh, ich habe doch gesagt, ich bin so gut. Jetzt haben wir den Torwart. Ich schieße nach rechts. Er bleibt da stehen. Ich dachte, er bewegt sich. Ich schieße nach links. Das war ein Tor. Ich schieße geradeaus. Okay. Ich schieße nicht mit voller Kraft. Bam. Das Ding ist, ich kann ja mehrere Versuche haben, weil jetzt fahre ich komplett zurück. Ich muss es in einem Schlag schaffen. Okay. So einfach? Okay. Das Tor geht nach links. Wir schieße. Wir schlagen das Tor. Okay. Verdammt. Ich wurde wieder gefullt. Fußballer können jederzeit geschossen werden. Boom. Okay. Boom. Ah. Jederzeit. Das macht Sinn. Jetzt verstehe ich. Die Fußballer funktionieren. Ich bin bereit, um ein Profi zu werden. So. Ah. Alter. Was ist bei dir schief? So. So. Nice. So. Fußballer können ja die ganze Zeit geschossen werden. Das heißt, ich kann ruhig aggressiv spielen. Bam. Nice. Was jetzt? Oh. Ich sehe schon. Oh mein Gott. Kann ich mich wieder befreien, bitte? Ich kann mich retten. Oh wow. Ich glaube es wird nicht. Schieß. Oh. Und schieß. Alter. Der Fußballer macht voll Spaß. Aber ich hätte es nicht erwartet. Aber gut. Das ist das Video. Weißt du noch, wie der heißt? Nein. Du weißt es nicht mehr. Aber du weißt noch, wo der Like-Button ist. Also Abonniere kostenlos. Falls du bei dir das aktiviere die Glocke. Um keine Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.